Baby muss immer mit dabei Ja Bacon La Orange Okay, wir sind soweit Wunderbar Äh, achso, was wollen wir eigentlich machen, ne? Da, Axel, da, Blut der Hölle, stimmt Left 4 Dead Left 4 Brad, mit wem bin ich drin? Oh, scheiße Oh, nein Ach, neee Oh, fuck Das wird schön Das wird schön Ja, sag's doch, sag's laut, komm Ich freu mich Das wird ja wieder schrecklich Oh, nein, aber ich hab's verdient Die letzte Runde haben wir euch so abgezogen Ja, toll, und was hab ich daran jetzt verdient? Trotz Knorker haben wir gewonnen Überleg mal Das ist ein Achievement eigentlich Ey, allein das gegnerische Team Das ist so, oh, Gott Was hab ich daran jetzt verdient? Sag ich dich Was denn, Mike? Ist doch schön aufgeteilt Ja No No Aim, Z und, äh Und Rest Ja, aber ich zieh ja mein gesamtes Team wieder runter als Passschluss Keine Sorge, das ist ne gute Mischung Knorker, Knorker bringt's schon raus Ich bin der Knorker des anderen Teams Ich hab's eh nicht gespielt Das kannst du gar nicht sein, das bin ich schon Ja, das ist an meinem Blutsam, du bist Hardcore-Zocker Ich, ich muss auch, ich muss auch sagen Das ist, ungewohnt Ich hätte gedacht, du spielst Teso oder so Oh, ich darf meine weibliche Seite raushängen lassen, das ist ja schön Äh, du sollst den Hosenladen mit zugelassen Das ist ja widerlich Oh, Quoten Wieso? Watt, öh, 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 öh Ich häng hier ein bisschen fest, ich bin in die falsche Richtung gelaufen Kommt ihr mal Nein! Nein! Wir sind mal Zombies, was wollen die von mir? Ich hab nichts zu verkaufen Oh nein! Ich halte die auch runtergefallen Nein, nein! Ich halte die auch runtergefallen Toll! Ja, ist doch gut Nein! Ja, nein! Weiter, 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 weiter Die werden da draußen gleich auf uns warten Da hört man schon einen Züngler Ja, ja, guck hier Ich bin schon wieder zurückgezogen hier Danke Da kommt noch irgendwas Jungs, so seid ihr Ach ja, okay Ach verdammt, ich war noch nicht gefahren Und wundere mich, warum ich nicht flage Da ist was, da ist was Boomeriges Pass auf, das Boomeriges Was hieß Nein, er ist tot, er ist tot Ich seh nichts, ich seh nichts Ich seh nichts Ich seh nichts Ich seh nur Raken an Orange wurde schon direkt runtergemacht Runtergemacht Ha 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 Ins Gesicht geschossen Den Hunter mag ich einfach nicht Ich werde gezüngelt Nein, 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 scheiße Ich bin daneben gesprungen Ich werde gezüngelt Ich bin daneben gesprungen, Tyrodin Kein H Series Remanch Remanch So was bin ich nicht gekommen Hey Hey, wir haben 87 Punkte erreicht Jetzt hör auf Also das ist jetzt glaube ich nicht schwer zu überrunden. Nicht so wirklich. Der Flughafen scheint noch in Betrieb zu sein. Gehen wir. Kann ich zu früh freuen. Das kann immer noch schief gehen. Knorkel, du weißt, wie es funktioniert? Das hat man letztes Mal schon. Nein. Ja, ich weiß wie es geht. Wie funktioniert das? Fußpedal runterdrücken, in den ersten Gang schalten und dann langsam Gas geben. Nur Lade Gas. Es gibt nur ein Gas. Voll Gas. Lade nach. 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 Ah, scheiß Zombie hier. Das Spiel ist zu viel Gewalt. Knorkel, du stehst scheiße. Komm mal hier her. Genau. Ja, ich hab auch E-Gedrücker aus Versehen. Gott ist hier, dass ein Survivor kommt. Yes, dankeschön. Genau so und nicht anders. Nein. Dann geh nochmal in Deckung. Ich werde jetzt der Rupf. Nein. Nein, wirst du nicht. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Sie haben den Quotenschwarzen dabei. Wie war das in der Rauchfreiheitzone? Jetzt, 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 tu es, tu es. Nein, du bist so verpeilt. Ah, nein. Den einzigen, den einzigen Pfeiler. Den einzigen Pfeiler. Und du triffst ihn. Das gibt's überhaupt nicht. Was steht denn da oben noch? Ah. Oh, schön erwischt. Geh doch. Weil ich rund hab. Ich hab sie zumindest erwischt. Fuck. Hab ich doch gewusst auf deine. Ah, scheiße. Achso, ich bin gar kein... Ich war gar kein Jockey. Ich war ans... Bitte. Nein. Nein. Ich glaub, die Runde wird sehr, sehr, sehr anstrengend für mich. Ich hab ein paar Stücke von dir gebraucht. Welche denn? Schlüsselbein? Ich dachte, du wärst ein Genspender. Irgendwas humpelt hier. Nein. Ich will nicht ein Organ. Ich will eine Gene. Ah, du willst deine Gene versprühen. Bei Zoe. Ich hab's schon gehört. Aber... Ja. Aber Rochelle geht auch, wenn wir im anderen Teil wären. Und da war die Zunge. Boom, Baby! Jawoll! Mike, ich hatte dich. Strike one. Wieso? Ich hab dich auch lieb. Ich verartete mich kurz, ne? Oh, schade. Verdammt. Achso, war schon wieder unten. Da hat's boom gemacht. Ja. Da hat's boom gemacht. Ja. Also einer ist schon mal weg. Oh. Sorry. Ich bin mit ne Zigarre. Ich bin jetzt Kommissar. Verdammte Axt. Wo gehst du hier lang? Hier kommst du viel zu weit. Ja. Ich weiß. Du weißt, wie schuld ist das? Meiner. Ich fände aufs Klo. Ja. Genau. Huma. Tut was. Ich häng fest. Hol die, hol die, hol die, hol die, hol die. Nein. Nein. Ja, halt ihn fest, halt ihn fest. Halt ihn fest, halt ihn fest, halt ihn fest, halt ihn fest. Jawoll, jawoll. Ja, 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 perfekt, perfekt, perfekt. Nee, ich hörte ein blöder Sack. Nom, nom, nom. Und das kleine Mist. Ah. Hallo. Oh, ne Ecke, guck mal, ich hatte ein Zom. Oh. Das zählt nicht, der war drinnen, weil man tot. Das hat ja lang genug. Knapp, es war. Aber schöne Runde. Mhm. Aua, da war, oh, nochmal auf die Band gerannt. Kürzeste Runde der Welt, im Übrigen. Kürzeste Runde der Welt. Kramschaden der Meister, wa. Yeah. Bec in l'orange. L'orange? L'orange? L'orange. L'orange. Eher orange? Orange, ja. Ach ja. Hat mir das gefehlt. Oh, ja. Ah. So, lass mal gucken hier. Es ist, Buu. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Oh, dum 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 dum. So, ich hab gehört, der, der Noe möchte sich opfern. Ja, hat er mir auch gesagt. Ah, fucking. Go, 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 go. Oh. Was denn? Ist doch alles gut. Ich mach die Map nicht. Warum nicht? Oh, Tyrodin. Wo willst du denn hin? Oh. Ach, renn ich so knapp an ihm vorbei. Ich glaub's ja nicht. Ja, ich hab's gerade noch gehört. Da war dann ein kleines Stück zur Seite. Hab gedacht, irgendwas kommt. Nein, 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 du bleibst hier. Du bleibst hier, du bleibst hier. Nein. Der Penetrator. Achtung, da ist irgendwas, irgendwas hab ich da. Gleich, 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 jetzt. Äh, es boomert schon wieder. Es boomert vor sich hin, ja. Mann, hat der Bube hier nur eine bestimmte Reichweite? Ja, natürlich hat er nur eine bestimmte Reichweite. Ach, das ist schade. Verknallt der Knorker, ist der Knorker regt. Au, ich falle ins Fahrrad. Du kannst dir schon mal die Richtung merken. Ja, ja. Ja, so groß. Geh du mal vor. Ah, Hunter. Nein, 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 da ist kein Hunter, sieht nicht so aus. Ich glaub, wir haben Schleime. Okay, das Fenster kann ich nicht durchkotzen. Außer, es ist immer ganz klug, sich vor die Survivor zu stellen. Ja, die gehen die guten. Die gehen durch diese ganzen Gänge, also ihr müsstet... Drückt mal E, Knorker, drückt mal E. Immer weiter E drücken. Immer weiter E drücken. Ah, jetzt, jetzt, jetzt geht's. Okay. Türo, den du auch, E drücken. Jetzt vor allem E drücken. Ah, okay. Leute, wo seid ihr? Treppe hoch am Ende des Klang. Oh, jetzt kotzt ich mal ein bisschen. Das ist gut, das ist sehr gut. Ah. Okay, ich bin zwar ins Höchstchen gegangen, aber... Jetzt bist du ins Höchstchen gegangen? Mit dem Tröpfchen? Du bist Penetrator ins Höchstchen gegangen? Ah, ich hab da... Oh, die langen, fettigen, schwarzen Haare, die sehen sexy aus. Bin geplatzt. Oh, du musst mal wieder ran, he? Am Platz sind sie schnell. Äh. Ich denke, ich bin wieder an Party Animals. Dringendst was verarsten. Na, brauchst du nicht. Nee, verarsten wird überbewertet. Oh, was muss ich jetzt warten? Okay, sind alle da, sehr schön. Ich hätte mich selber verarsten können, aber danke. Wohin, wohin, wohin? Ich komme mal zu dir, Mike, oder? Eee, nein. Beeilt euch einfach und macht irgendwas. Ich hab den Hebel schon mal gezogen. Sorry. Bam. Ja, dann spawn mal, Knorker. So, jetzt. Da ist ein Splitter im Fenster. Nee, jetzt kann Splitter, ist das ein... Genau, ein Züngler. Und, 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 und. Ja, fast. Ach, verdammte Axtnummer. Jawoll, gut geboomert. Drei geboomert. Na, hab ich ein paar? Drei Stück hast du geboomert, ja. Oh, der hat eine Kettensäge, den müssen wir direkt mal hier fangen. Der Bill, der Kill Bill muss gefangen werden. Ist weggeknorpert worden, Ding. Oh, 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 oh. Schön warm, dann geht der Sammeln runter. Burst, baby, burn. Nein, das gibt's nicht. Mike, du bist lustig gebakont. Ja, nicht nur das, vor allem, ich hab ihn nicht erwischt, obwohl er, naja, in der Blaufliehende stand. Ja, fuck. Hm. Jetzt, 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 tue's jetzt. Ja. Ja, geht rein, geht da hinten, geht da hinten. Jetzt bin ich runtergefallen. Hol dir den letzten dann noch. Nein, was tust du? Warum bist du vorgelaufen? Der war doch schon voll gesappert. Ja. Hinter mir! Nicht so viel, wenn! Nein! Nein, 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 nein. Shit. Oh, ja. Hm, Oralsex ist so lecker. Hol dir, hol dir, hol dir, hol dir, du musst jetzt holen. Tyrodin. Oh, du blöster, das gibt's doch gar nicht. Warum? Nein, nein. Reuniger. Jawohl. Wo ist der Samm eigentlich hin? Achso, der ist tot. Das kann man schaffen. No aim. Ja, no pain. Das war ein Stückchen lecker Getränk. No aim, no pain. Knorkel, sabbat schon wieder. Achso, hups. Oh je, survivor. Ja, einfach dann hier. Mach dir keine Sorgen, das müssen wir nicht lange machen. Ja, eben. Von daher kann ich dann gleich wieder gemütlich mich ablegen. So. Vor allem nicht immer so lange trödeln, sondern echt mal hier so ein bisschen auf die Gaspedal. Genau, der schnelle Mike. Da wird gleich die Zunge kommen. Ich häng deine Zunge. Sag ich doch. Boomer. Ja, ich sehe ihn gerade. Ja, ja. Da kann einer den Boomer immer noch nicht spielen. Äh, den Hunter. Verdammt, ich hatte die Rechstantaner von Anfang an. Schweinerei. Was hatten wir? Direkten Katana von Anfang an. Schweinerei. Ich habe einen Katana, ja. Und ab geht's weiter, Jungs. Ja, ja, ich komme schon. Oh, hier sind die Kettensträger, Jungs. Der Worte. Ja, ja, ich muss erstmal rüberkommen hier. Ja, dann spring ein bisschen. Hab schon. Nein, hinten. Ja, lass hängen. Das ist aber Knorkel. Ist okay, das stimmt immer. Ist nur Knorkel? Lass ihn bitte hängen. Lass ihn bitte hängen. Ja, das heißt nicht Birk. Von daher kann ich keinen Kürbelentscheidung bekommen. Schade. Dann macht man die ganzen Untoten da oben weg. Ja, würde ich ja gerne, aber... Nein, ne Fresse. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was ist das hier? Könnt ihr mal kommen? Was soll das hier schon wieder? Er scheint rein. Oh, super. Oh, Alter, Schwede. Komm, wir gehen einen Meter vorwärts. Das Problem ist, glaube ich, man kommt hier nicht hoch für die ganzen Lohntoten. Dann lass sie hier runter, verdammte Angst. Ja, kann ich ja nicht. Ich bin tot. Du bist tot. Warum bist du denn schon wieder tot? Ich bin unschuldig. Ich bin da oben Lohntoten. Umschauen. Oh, die Teamverteilung ist echt beschissen. Oh, Scheiß. Ja. Das ist so ne Scheiße. Also das nächste Mal, was wir haben, machen wir nochmal neue Teams. Ja, wir machen jetzt mal random Teams. Also, von daher. Bam. Die Verteilung ist einfach besonders beschissen, ey. Oh, Gott. Das sieht ja gar nicht so aus. Ja, du bist sehr schick. Sehr schick.